Hallo ihr Lieben, frohes neues Jahr erstmal. Ich hoffe ihr seid ein gutes neues Jahr gerutscht und zum Anfang des neuen Jahres habe ich überlegt ein Favoritenvideo zu machen. Etwas verspätet vom Dezember, aber ich dachte, die Produkte, die ich im Dezember kennengelernt habe, beziehungsweise die Musik, Filme, Serien, die sind es auf jeden Fall wert, nochmal genannt zu werden. Ich habe mir hier auch extra eine schöne Liste gemacht und die arbeite ich jetzt langsam aber sicher ab und fange mit dem Make-up an. Und zwar ist mein allerliebster Lippenstift diesen Monat, beziehungsweise letzten Monat gewesen, der P2 Pure Color Lipstick und zwar in der Farbe Kärntner Straße, das ist ein ziemlich komischer Name. Das ist ein sehr natürlicher Lippenstift, den habe ich auch gerade drauf und ich würde sagen, wenn ihr meine Lippenfarbe habt, ich habe nach einem Lippenstift gesucht gezielt, der eben meine Lippenfarbe trifft, wo du siehst, dass ich etwas drauf habe, aber nicht viel. Und das ist einfach der perfekte Lippenstift, der hält lang, der gibt den Lippenfeuchtigkeit und ich bin sehr, sehr begeistert davon. Dann als nächstes habe ich hier zwei Mini-Produkte von Benefit. Einmal die Stay Don't Stray Eyeshadow Base in Miniaturform. Ich habe so ein Kit vor Weihnachten bekommen von meinem Papa. Und Porefessional. Das ist ein Face Primer, der so ein bisschen eingefärbt ist, der die Haut vor dem Make-up so ein bisschen vorbereitet, weicher macht. Beide Produkte sind total toll. Das wirkt ähnlich wie ein Concealer. Soweit man das auf die Augen macht, strahlen die Augen. Es ist super schön. Und das hier ist wirklich die beste Prime oder der beste Primer, den ich je benutzt habe. Es ist ganz klein. Ich will mir das auch irgendwann, wenn ich ein bisschen mehr Geld zusammengespart habe, nachkaufen, weil es die Haut so weich macht und das Make-up hält darauf bombenfest. Ich kann das wirklich empfehlen. Das ist das Geld tatsächlich wert. Es wurde ziemlich gehypt bei YouTube. Ich habe mir das deshalb mal in diesem Kit besorgt und kann ich empfehlen. Super toll. Dann habe ich zu Weihnachten bekommen von meinem Freund diesen Mineralize Blush von MAC in der Farbe Warm Soul. Und den liebe ich jetzt schon. Der ist ein richtig schöner, warmer Ton. Den mache ich auf die Wangen. Den trage ich auch gerade auf den Wangen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und der hat mich auf jeden Fall sehr begeistert. Ich finde solche Töne, so Terratöne, ein bisschen schöner als, wie soll ich sagen, so Pinktöne auf den Wangen. Ist natürlicher, macht das Gesicht wärmer und sehr schön. Dann habe ich von meiner Schwester zu Weihnachten bekommen einen Favoriten-Lidschatten, den ich mir die ganze Zeit gewünscht habe. Und zwar All That Glitters von MAC. Ist ein schöner, glitzernder Lidschatten. Viele Leute mögen diesen Lidschatten. Ich persönlich auch. Also ich habe seit Weihnachten fast jeden Tag diesen Lidschatten drauf. Und ich hoffe, ihr könnt die Farbe einigermaßen erkennen. Ich trage ihn jetzt gerade auch. Und der Lidschatten ist einfach Bombe. Ich kann dazu nicht mehr sagen. Jetzt probiert ihn aus. Wobei ich dazu auch ein Dupe gefunden habe. Ich habe ja in meinem Lieblings-Lidschatten-Video bereits diese Palette von Miss Lynn erwähnt. Die hier. Und dieser Lidschatten hier ist dem All That Glitters sehr ähnlich. Das heißt, wenn ihr noch irgendwie an die Palette rankommt und ihr wollt nicht so viel für den MAC-Lidschatten ausgeben, der hier ist es fast. Also er trifft es fast. Ich kann nichts zur Pigmentierung sagen. MAC ist meistens immer ein bisschen besser, aber der hier ist auch super. Als nächstes, mein Lieblings-Highlighter im Dezember war von dem Sleek Konturkit. Der Highlighter in Light ist das auf jeden Fall da. Ich habe viele Highlighter ausprobiert. Tatsächlich fand ich die Wirkung von dem hier auf meinen Wangen am allerschönsten. Der macht so einen richtig schönen Glow. Man strahlt richtig. Wenn man so seine Wange ins Licht hält, dann hat das so einen richtig tollen Effekt. Und den finde ich klasse. Als nächstes habe ich Pflegeprodukte. Und da habe ich bei Lush eingekauft. Ich finde dieses Ocean Salt Gesichts- und Körperpeeling super toll. Ich benutze es weniger im Gesicht, weil meine Haut da sehr empfindlich ist. Ich habe im Moment auch ein paar Rötungen, weil ich da so ein bisschen empfindlich auf Heizungsluft und sowas reagiere. Ich benutze das Ganze am Körper. Und das sieht so aus. Also es riecht nach Lemon und Salz riecht man nicht wirklich, aber man schmeckt es, wenn man es im Gesicht anwendet. Und das ist toll. Man trägt es am ganzen Körper auf und danach hat man wirklich eine super weiche Haut. Man braucht keine Bodylotion mehr. Und es ist halt aus natürlichen Stoffen hergestellt. Das finde ich bei Lush eben total toll. Eben, dass man sich nicht mit Parfüm einschmiert und dass das keine Hautreaktion hervorruft. Bei mir jedenfalls. Ich habe eine sehr empfindliche Haut. Finde ich klasse. Als nächstes habe ich bei Lush dieses limitierte Duschgel hier geholt. Und zwar ist das Ponsch. Ich habe es im Schlussverkauf geholt und ich liebe es total. Also es hat einen total geilen Geruch. Ich würde es beschreiben als so ein bisschen Babyöl gemischt mit Tequila. Wobei Tequila nicht in Richtung Alkohol geht, sondern es ist einfach eine ganz besondere Note, die man so ganz, ganz schlecht nur beschreiben kann. Es ist ganz besonders, wenn man sich mit diesem Duschgel eingreift, braucht man auch fast keine Bodylotion mehr. Einfach weil dieses Produkt die Haut so schön rein und weich macht. Und ja, als Empfehlung für euch, wenn ihr das noch im Schlussverkauf bei Lush kriegt. Ansonsten nächstes Jahr im Winter gibt es das wieder. Und dann habe ich noch von Soap & Glory die Righteous. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Righteous oder Righteous Body Butter. Das ist dieses tolle Ding hier. Und ich habe es auch reduziert gekauft. Normalerweise kostet das Teil hier glaube ich 11 Euro. Ich habe es im Set für 15 Euro noch mit zwei anderen Sachen geholt. Und die Sache ist zwar sehr parfümiert. Ich benutze es nicht an den Armen, weil ich da so ein bisschen Neurodermitis habe. Aber am Rest des Körpers macht es die Haut unglaublich weich. Und es riecht total toll. Also wenn man sich abends damit einschmiert, dann riecht man morgens noch danach. Als nächstes meine Lieblingsmusik. Also es gibt viele Lieder, die ich im Dezember gehört habe. Aber mein Lieblingslied war definitiv von Katy Perry, Dark Horse. Ich habe das bei The Voice of Germany im Halbfinale oder was auch immer. Keine Ahnung. Irgendwo da habe ich es auf jeden Fall gesehen. Und allein ihr Auftritt, die Performance ist mal was ganz anderes. Fand ich geil. Und ich habe auch noch die Kategorie Film und Serien für mich ausgewählt, um euch davon zu erzählen. Und mein Lieblingsfilm letztes Jahr komplett war auf jeden Fall Catching Fire. Jennifer Lawrence, oh, das war einfach genial. Und im Dezember selbst, äh, der Hobbit. Also der erste Teil hat mir nicht so gut gefallen, aber der zweite Teil war richtig super. Genial. Lohnt sich auch in 3D. Und Serie muss ich sagen, Breaking Bad hat mich überzeugt. Also ich habe schon vor einem Jahr erzählt bekommen, guck dir die Serie an, die ist genial. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, neu in Serien reinzukommen. Einfach, wenn ich eine Serie toll finde, dann suchte ich die. Aber die ersten paar Folgen, die ziehen sich immer ein bisschen. Und Breaking Bad. So jetzt bin ich bei Mitte der vierten Staffel und das ist echt genial. Die ersten Staffeln ziehen sich aber mittlerweile super genial. Ja, das waren so meine Dezember-Favoriten. Bisschen verspätet. Ich konnte jetzt nicht so schnell wieder ein Video drehen, einfach weil ich ein bisschen im Stress war und meine Haut ist auch so ein bisschen empfindlich. Deshalb, ja, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonnieren bitte nicht vergessen und liken. Und ich freue mich immer, wenn ihr mir zuschaut. Dann bis dann. Tschüss.